Was meinen Sie damit? Ich weiß nicht, ich war an dieser Toilette. Alles nur ein Zeitspiel. Mal hier, mal dort. Hey, verstehen Sie mich überhaupt? Wir drehen uns ständig in Endlosschleifen. Wenn du da so super locker tust und kaum geht's mal um was Emotionales, dann wirst du wie so ein kleiner Teenager und denkst nur noch ans Ficken. Ficken, 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 weil du da nämlich Bock drauf hast. Du hast da nämlich Bock drauf, nicht ich. Hat die Schöne nicht so was wie eine Aufsichtspflicht? Sind Sie Joris Vater? Nein, der bin ich nicht. Dann lassen Sie mich bitte meinen Unterricht vorbereiten. Wo kann Juri denn sein? Das ist ein Zeitspiel.